Wolfgang Zilzer, Pseudonyme in den USA, Paul Andor und John Voight, war ein deutsch-amerikanischer Schauspieler. Leben Zilzer wurde als Kind deutsch-jüdischer Eltern in den USA geboren, da sein Vater Max Zilzer dort als Schauspieler an einem Theater engagiert war. Die Mutter starb kurz nach Wolfgangs Geburt. Im Alter von vier Jahren kam er mit seinem Vater nach Deutschland und machte bald als begehrter Kinderdarsteller Karriere auf der Bühne. Mit 14 Jahren drehte er seinen ersten Film. Es folgten Haupt- und Nebenrollen in zahlreichen Stummfilmen, wo sich Zilzer als Darsteller zurückhaltend schüchterner Charaktere etablierte. Im Sommer 1930 nahm Zilzer Schallplatten für die neu gegründete Berliner, deutsche Crystalate GmbH, als Refrengsänger mit den Orchestern von Herbert Fröhlich und Bernhard RT auf. Bekannt sind außerdem zwei Aufnahmen mit ihm und der Berliner Rundfunkkapelle, Gerhard Hoffmann auf dem Label Calliope. Anfang der 1930er Jahre versuchte Zilzer sein Glück in den Vereinigten Staaten, kam dort jedoch nur an kleinere Rollen. Er kehrte nach Deutschland zurück und floh nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nach Paris, wo er an den französessprachigen Fassungen einiger Hollywood-Produktionen mitwirkte. 1935 ging Zilzer abermals zurück nach Deutschland und engagierte sich dort für den Jüdischen Kulturbund. 1937 verließ er Deutschland endgültig, stellte erst bei dieser Gelegenheit fest, dass er sich durch seine Geburt in den Vereinigten Staaten automatisch im Besitz der US-Staatsbürgerschaft befand und kam in Hollywood an einige Rollen in Filmen von Ernst Lubitsch. Für Auftritte in Anti-Nazi-Streifen wählte Zilzer zunächst das Pseudonym John Voight, um seinen noch in Berlin lebenden Vater nicht zu gefährden. Dennoch wurde Max Zilzer 1943 bei einem Gestapo-Verhör mit Fotos seines Sohnes aus dem Anti-Nazi-Film Confessions of a Nazi Spy konfrontiert und starb kurz darauf unter ungeklärten Umständen in einem Krankenhaus. Später nahm Wolfgang Zilzer den Künstlernamen Paul Andor an. Bei Dreharbeiten lernte er die 1934 aus Deutschland geflohene jüdische Schauspielerin Lotte Palfi kennen. Beide spielten 1942 auch in dem Kultfilm Casablanca. Ihre kleinen Rollen als »Der Mann mit den abgelaufenen Papieren« und »Die Frau, die ihre Diamanten verkaufen muss«, führten zwar zu keiner Erwähnung ihrer Namen im Abspann, blieben bei der ständig wachsenden Fangemeinde des Streifens jedoch in dauerhafter Erinnerung. Als nach dem Krieg Hollywoods Bedarf an deutschen Charakterdarstellern nachließ, kehrten Wolfgang Zilzer und Lotte Palfiandor zur Bühne zurück. Zilzer fand auch immer wieder Engagements in Deutschland. Nachdem seine Frau 1976 einige Aufmerksamkeit in dem Thriller »Der Marathonmann« erregt hatte, kamen die beiden im hohen Alter auch wieder an kleine Filmrollen in Hollywood. Ende der 1980er Jahre erkrankte Wolfgang Zilzer schwer an Parkinson und kehrte nach Deutschland zurück, um dort zu sterben. Lotte Palfiandor wollte diesem Schritt nicht folgen. Die Ehe wurde kurz vor beider Tod 1991 geschieden. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Waldfriedhof Zehlendorf in Berlin-Nikolassee. 按 folgen. Zilzer